Hallo und herzlich Willkommen zum ersten Inspirations-Video der Traumleben-Familie. Wir wurden in den letzten Tagen, Wochen, Monaten immer wieder darauf angesprochen, von Menschen, die gesagt haben, was ihr macht, so cool und ich wäre überglücklich, wenn ich das auch mal machen könnte. Und ich bin nicht sicher, ob es wirklich so ist. Ich möchte deshalb mit ihr über drei Dinge sprechen. Das erste ist der Wenn-Dann-Mythos. Das zweite ist die Frage, macht eine Weltreise glücklich? Und das dritte ist unsere persönliche Glücksformel, die wir entdeckt haben, lange bevor wir auf Weltreise gegangen sind. Okay, der Wenn-Dann-Mythos. Schau, der Blinde, der wird sagen, ich wäre überglücklich, wenn ich sehen könnte. Jemand, der im Rollstuhl sitzt, wird vermutlich sagen, ich wäre überglücklich, wenn ich einmal gehen kann. Stimmt's? Viele sagen, hey, ich wäre überglücklich, wenn ich reich wäre. Viele Menschen, die im Spital liegen, die Krebs haben, die wissen, dass sie in nächster Zeit sterben werden, die sagen, ich wäre überglücklich, wenn ich gesund wäre. Und meine Frage an dich, kann es sein, dass du all die Dinge, von denen andere Menschen wünschten, sie hätten es, bereits hast? Und meine Frage ist, bist du glücklich? Und deshalb glaube ich nicht an diese Wenn-Dann-Glücklich-Wäre-Dinger. Die Frage ist, weshalb sind wir glücklich? Und weshalb gibt es andere Menschen, die glücklich sind und weshalb gibt es Menschen, die nicht glücklich sind. Die zweite Frage ist, Reisen, macht eine Weltreise glücklich? Schau, um das mal so zu formulieren. Weil wir glücklich sind, machen wir diese Weltreise. Weil wir glücklich sind, machen wir diese Weltreise. Und es ist nicht so, weil wir diese Weltreise machen, sind wir glücklich. Und das ist einfach mal klar. Es gab einige Zuschriften von Menschen, die sagen, ja, wir hoffen, dass ihr dann wieder glücklich seid, wenn eure Reise vorbei war. Nein, sorry, wir waren schon vor unserer Reise wirklich glücklich. Und das hier ist eine weitere Krönung letztlich, weil wir das, wir geniessen das auch wirklich. Und ja, es stimmt, uns geht es hier supermässig. Wir haben, keine Ahnung, 350 Tage Sonne im Jahr. Wir haben seit Monaten keinen Weckerklingen gehört. Wir haben keinen Job, wir haben keinen Boss. Wir haben auch keinen Lohn, ist alles okay. Wir schwimmen jeden Tag im Pazifik. Wir surfen, wir schnorcheln, wir geniessen wirklich jede Minute von diesem Leben. Die Zeit mit den Kindern, sie aufwachsen zu sehen, davon zu lernen, sie zu beobachten, sie zu unterstützen, ist für uns ein Riesensegen. Und es ist auch ein Riesenglück, ganz ehrlich. Und wir geniessen alles davon. Nur wir haben es auch schon vorher genossen. Das dritte ist unsere Glücksformel, die wir vor Jahren entdeckt haben. Dazu ist zu sagen, das kannst du vielleicht über uns auf der Homepage lesen. Wir waren nicht immer glücklich. Und es sind einige Dinge passiert in unserem Leben. Und ich kann dir eine Formel zeigen, die für mich persönlich visualisiert, wie das bei uns irgendwie funktioniert. Und deshalb gehen wir jetzt runter in den Sand. Ich zeichne es kurz auf. Es gibt einen kleinen Exkurs in Betriebswirtschaftslehre. So, ich zeichne das jetzt einfach mal hier so in den Sand auf. Und zwar machen wir die sogenannte Erfolgsrechnung. Das heißt, ein Teil, ich zeichne den da mal hier so als Balken ein. Das sind deine Einnahmen, die du hast. Okay? Und dann gibt es einen zweiten Teil. Und das sind deine Ausgaben. In jeder Firma wird jedes Jahr, jedes Quartal diese Rechnung gemacht. Okay? Und wenn das deine Einnahmen sind, beispielsweise von Kunden, Produkte, die du verkauft hast, dann sind das hier beispielsweise deine Miendkosten, deine Lohnkosten, all die Dinge. Okay. Und wenn du da unten so ein kleines Eck noch übrig hast, dann ist der Anteil. Das hier, das ist der sogenannte Gewinn, den du gemacht hast. Das ist die sogenannte Erfolgsrechnung. Ganz einfach. Einnahmen, Ausgaben in einem Quartal, einem Jahr. Und wenn da unten so ein Quadrat übrig bleibt, dann ist das hier dein Reingewinn. Okay. Und das Gleiche kannst du natürlich auch so machen, oder? Das wären dann eben nicht die Firmen, die keinen Gewinn gemacht haben. Das sieht dann so aus, oder? Das wären die Einnahmen von Kunden und so weiter. Und das wären alle Ausgaben, die sie gemacht haben, oder? Und dann ist das hier unten der sogenannte Verlust. Okay? Und der Trick ist natürlich jetzt, dass jede Firma versucht, dass das Bild eben so ausschaut. Und möglichst wenig Ausgaben und einen möglichst grossen Gewinn zu haben, oder? Ausgaben hast du fast immer, sag ich. Ich glaube immer. Du hast immer Ausgaben, oder? Das hier ist dein Gewinn. Das hier sind deine Einnahmen. Und das hier ist dein Gewinn. Und ich glaube im Leben bei den Menschen ist es so, dass es sich mit dem Glück genau gleich verhält. Das sind die schönen Dinge in deinem Leben, die passieren. Das sind deine Einnahmen. Schöne Dinge, grossartige Dinge. Dinge, die du geniessen kannst. Und das hier oben, das wären deine Probleme. All die Dinge, die nicht ganz funktionieren. Dein Drama. Dinge, über die du dich aufregst. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn Menschen genau so ein Verhältnis haben, dass ihnen mehr schöne Dinge passieren. Dass sie ein schöneres Leben haben, als Probleme zu haben, als negative Dinge zu erleben. Denn dann ist es eigentlich so, dass je grösser dieser Anteil, je grösser eigentlich dieses Ungleichgewicht ist, je grösser hier dieser Gewinn ist. Ich glaube, das hier ist eine kleine Formel fürs Glücklichsein. Je grösser dieses Ding und je kleiner dieses Ding ist, desto glücklicher und zufriedener bist du in deinem Leben. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber es ist ja ganz einfach, das so zu erklären, weil du lebst ja hier irgendwie ein tolles Leben. Nur schau, hier kannst du ganz viele Dinge reinbuchen. Und ich habe schon früher in meinem Leben ganz viel hier auf dieses Ding gebucht. Buch hier schon mal ein, dass du laufen kannst, dass du glücklich, dass du sehen kannst, dass du reden kannst, dass du hören kannst, dass du sprechen kannst. Hier gibt es ganz viele Dinge an deinem wunderbaren Körper, die du hier einfach reinbuchen kannst, wo andere ein Problem damit haben. Und es ist nicht selbstverständlich. Und deshalb, je mehr, ich buche ganz viele Dinge des alltäglichen Lebens hier ein, und ich habe genauso viel Struggle wie jeder andere auch, nur am Schluss, am Ende des Tages steige ich ins Bett und sage, war das wieder ein toller Tag, war es heute wieder schön, war es heute kühl, heute hat es mal wieder geregnet, ich bin so dankbar dafür, weil dann muss ich den Garten nicht sprengen, die Natur hat was davon, wir haben frisches Trinkwasser und so weiter und so fort. Also, du kannst ganz vieles einfach so passieren, dass wirklich ein Segen für dein Leben ist, hier reinbuchen. Und das hier ist meine kleine Glücksformel. Hier sind die schönen Dinge in meinem Leben und es ist eine reine Frage des Fokus. Auf was legst du deinen Fokus? Es hat nichts zu tun mit diesem positiven Denken-Zeugs und sowas, sondern es hat einfach nur mit dem Bewusstsein zu tun, was alles schön und gut ist in deinem Leben. Und buch das tagtäglich hier rein, mach tagtäglich diese Rechnung, bevor du ins Bett gehst und erkennst, was für ein toller Tag du heute erlebt hast. Und es gibt, es wird auch, ich glaube, es wird auch immer diese Probleme, diese Herausforderungen, was auch immer geben. Es ist ein Teil unseres Lebens und die Frage ist eigentlich nur, in welchem Verhältnis stehen die zueinander. Also, auf geht's! Morgen einfach mal aufstehen und den ganzen Tag lang auf diese Selbstverständlichkeiten achten, die eben nicht selbstverständlich sind. Steh morgen auf und freu dich, dass das Licht angeht, dass du Strom hast und hast, keine Selbstverständlichkeit. Freu dich, dass überhaupt du die Nacht in Sicherheit verbringen konntest, dass du einen erholsamen Schlaf hast. So viele Menschen haben Schlafprobleme. Freu dich darüber, dass du am Morgen ins Bad gehen kannst auf deinen eigenen Beinen. Dass du eine warme, eine heiße Dusche nehmen kannst. Freu dich auf dieses Wasser, das jetzt kommt, das einfach rein und klar und besser Qualität ist. Freu dich über all diese Dinge, weil sie sind nicht selbstverständlich. Und wenn du runter gehst und die Kaffeemaschine einschaltest, den Knopf drückst, geniess einfach mal die Situation, dass du einen Knopf drückst und zwei Minuten später hast du einen leckeren Kaffee auf dem Tisch. Geniess den öffentlichen Verkehr, den es in Europa gibt, weil kannst du selbst in die USA reisen. Die würden sich wünschen, sie hätten so einen tollen öffentlichen Verkehr. Und hört auf, euch darüber zu beschweren, dass sie nicht pünktlich sind und dass es nicht funktioniert und dass es Störungen gibt. Es gibt diesen Verkehr und ganz viele Länder wünschen, sie hätten so einen tollen öffentlichen Verkehr und dieses Angebot einfach, das sie nutzen können. Und deshalb meine Tipps ist wirklich, entscheide dich heute, glücklich zu sein. Es ist eine Entscheidung, entscheide dich, dass du ein Glückskind bist, entscheide dich, dass du ein Glückspilz bist, weil du bist es. Werde dir bewusst, dass du reich bist, wenn du die Möglichkeit hast, aufs Internet zu gehen, ein Device hast, um diese Dinge alle anzugucken. Wenn du irgendwo, ich sage jetzt mal, der Schweiz, Deutschland, Europa lebst, darfst du dir einfach bewusst werden, damit du lebst schon in den leichten Ländern dieser Welt. Und während diese Länder mit Dingen wie Übergewicht, Diabetes kämpfen, kämpfen auf der anderen Seite der Welt, Menschen mit Hunger und Durst, sterben jeden Tag 40'000 Menschen an Hunger und Durst. Es darfst du dir einfach auch bewusst werden, dass du reich bist. Hör auf zu warten, dass du glücklich bist, denn du reich bist, du bist bereits reich. Du darfst glücklich sein. Und das Zweite ist, schau auf die Selbstverständlichkeiten, sie sind keine Selbstverständlichkeiten. Überleg dir mal all die Dinge, die du als selbstverständlich erachtest, wie das in anderen Leben, in anderen Bereichen, bei anderen Menschen ausschaut. Und wenn du ein bisschen rumreisst aus dieser Welt, bist du erkennst, dass all die Dinge, die du glaubst, seien so selbstverständlich, nennst du sie es eben nicht sind. Okay? Das war's. Genug gesprochen. Ich bin gespannt. Ich hoffe auf ganz viele Rückmeldungen, auf deine Erfahrungen, auf deine Eindrücke, auf deine Beobachtungen, auf vielleicht deine Glücksformel, wenn du auch eine hast. Geniesse das Leben. Sei glücklich. Viele Grüße aus Mexiko und ich freue mich aufs nächste Video. Danke fürs Zugucken und Tschüss. Musik 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 Untertitelung. BR 2018